Hallo, hier ist Vronghub. Wir sind eine multinationale Kooperation, die spezialisiert in der Katering- und Hospitalität-Industrie mit über 15 Jahren Erfahrung. Für alle Ihre Restaurants brauchen Sie in unserem Kanal viele Lösungen für Sie. Seid uns jetzt! Das DIK 9155 Gäste-Esszimmer ist eine Kombination aus hohe Praktikabilität. Professionalität und Spaß an der Arbeit. Es gibt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Glasierte Sandtischplatte und Techtuch der 8. Generation für ein verträumtes Gäste-Esszimmer mit realistischer Optik. Befriedigt das Bedürfnis des Besitzers, seinen persönlichen Stil auszudrücken. Passt aber dennoch gut und ist für komplexe und unstrukturierte Haushalte mittlerer Größe geeignet. Ein Sofa, das im Einzelhandel 6.000 oder 7.000 kostet und Ihnen alles bietet, was Sie tun können. Die DELAC-Version der professionellen Sofa-Struktur mit beweglichen Kopfstützen kann bequem zwischen Liege-Modus, Pärchen-Modus, Eltern-Kind-Modus, Faulenzer-Modus und Gastfreundschafts-Modus wechseln. 5 Sterne If you are interested in our videos, remember to follow us. Ron Good, more than 4,500 restaurants choice. We will keep surprising you. See you.